In Johann Georgenstadt steht derzeit das integrierte Stadtentwicklungskonzept, kurz INSEC, auf der Tagesordnung. Das soll dazu dienen, die gesamtstädtische Strategie zur Steuerung der Entwicklung für die nächsten ca. 15 Jahre festzulegen. Aktuell verfügt Johann Georgenstadt über ein INSEC aus dem Jahr 2008. Das ist nicht mehr ausreichend auf die heutigen Gegebenheiten ausgerichtet und soll daher angepasst werden. Im Zuge der Erstellung des neuen integrierten Stadtentwicklungskonzepts sind die Einwohner von Johann Georgenstadt im November zur Mitwirkung eingeladen. Mehr zur Bürgerbeteiligung ist auf der Homepage der Stadt zu erfahren.